Heyho und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact Buch 5 Büro. Solange wir lange genug hier bleiben, irgendwann werden wir das Glück haben. Aber das Leben hier hier nicht so schlecht ist, außer dass der Vormen ein bisschen schrecklich sein wird und das Arbeit ein ziemlich schrecklich sein wird. Du denkst so, Mann? Wenn ich einen Koupon für jeden Fisch, der so gesagt hat, dann sehen wir, dass du Fischler noch nicht deine Lehren von deinem Leben auf der Ebene gelernt hast. Wenn du Dinge an Werten stehst, dann wirst du nach dem Tag ein totes Ende, wirst du nicht mehr wissen, wie du auf der ersten Runde auf dem Weg endest. Hast du einen Rat für Neuankömmlinge? Haha, ich mag deine Attitude. Ich kann, äh, mit dir ein bisschen was machen. Jeder hat mir gesagt, dass du einfach die Regeln folgst und keine Probleme für dich selbst. Ist das richtig? Ja. Was sie dir nicht sagen, ist, dass die Regeln nicht genau so, was sie pretend sind. Die Regeln, um ein Präsenz zu sein. Die Wahrheit ist, dass dieses Ort viele schreckliche Regeln haben. Wir wissen, du überhaupt, dass du plötzlich hier auftauchst und uns vor Labelst, aber was für Geheimregeln meinst du dann? Huh? Hedded Rules? Was meinst du? Nicht jeder weiß über diese Regeln, aber ob du sie oder nicht kennst, wenn du sie sie breitst, dann kannst du etwas, was noch schlimmer ist als die Tod. Man könnte zum Beispiel plötzlich verschwinden. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then child disappearance might have something to do with that? Uh, in that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, maid. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Nee, du willst natürlich Geld oder irgendwas anderes haben. Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Yeah, wie viele sind enough? Moreover, your new fish, freshly caught and completely out of your element. What'd be? I'm usually around the rag and bone shop. Just call me V-Doc. Bye-bye now. Bye? Komischer Typ. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Vielleicht hast du recht, aber es interessiert mich trotzdem, was er zu sagen hat. Was er gesagt hat. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? Huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Na ja, doch. Eine Möglichkeit gibt's noch. Ah! We were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Nach dem Essen verbringt ihr etwas Zeit damit, euch die Gegend vertraut zu machen. Den letzten Satz kann ich dir nicht lesen, aber ist ja nicht so wichtig für uns, oder? Ähm, kann ich nicht mit diesem Ding reden? Gebt mir wohl verstanden. Guten Appetit. Tauschzeug. Äh, was verkaufst du hier? Gewinnliche Gerichteüberraschungen. Guck mal. Rezepte. Oh, nee. Die Wich... Fanta. Fanta gibt's auch hier. Gegrillte Rippchen. Café Bavar... Bavarui? Bavarua? Und Huggies. Interesting. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mehr von den Dingern. Äh, wie komme ich jetzt da hin? Ah, ich glaube, wir gehen gerade wieder in unser Zimmer pennen, wahrscheinlich, ne? Das war doch hier oben irgendwo. Ja, unser Zimmer. Gute Nacht. Jetzt ausruhen. So, Paima hat gerade mit den Regern verabschiedet, dass unser Schiff für jeden Morgen setzte. Und wir sind frei, was wir wollen, die ganze Nacht. Aber es scheint, die meisten der anderen Inmates wählen, die immer noch mehr Kreditkoupons zu arbeiten. Ist genauso wie in der echten Welt mit dem Arbeiten. Ja, wenn du Geld hast, kannst du machen, was du willst. Hast du keins, musst du leider dann aufwachen, wenn du aufwachen musst, um zur Arbeit zu gehen. Gute Nacht, Paimon. Ah, Child's Vision. Dadurch sehe ich seine Erinnerungen wahrscheinlich. Ich höre, jemand ruft mich. Was ist das denn? Ah, Arena. Willst du etwa kämpfen? Hä, was war das denn jetzt? Ja, ich bin wach. Ich habe von Tartalia geträumt, glaube ich. Besser gesagt, war ich Tartalia. In meinem Traum. Naja, wir haben ja seinen Vision. Wie bei uns halt immer, ne? Oh, Child's Vision! So, du hattest es dir diese ganze Zeit? Ja, klar. Vielleicht kann ich es nutzen, um all seine Erlebnisse aus seiner Perspektive zu erfahren. Der Traum war etwas verschwommen. Ich habe nicht viele nützliche Informationen. Nur, dass er bei der Arena war. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Äh, tausche in der Ausgebung, um die Arbeit zu umgehen. Ne, ne, zur Arbeit in der Produktion. Let's go! It's time to start working. If that guard fielding catches us skulking about, he's sure to give us near full. Ne, ne, wir gehen mal Shirt verdienen, ja? Du kommst in Produktionstag an. Warum durfte ich eigentlich jetzt gerade aussuchen? Ich bin schon dran. Kannst du mir nochmal erklären, was ich noch machen soll? Ich bin schon dran. Gut, hier geht's. Erinnere mich, dass du mir das Widget, wenn du es endet, um es zu processen zu haben. Ja. Ich weiß ja, wie das geht. Wenn es rot schlagen, gelb springen. Oh. Nur ein Stück jeden Tag machen, oder wie? Ich bin auf der Speed. Aber nach so vielen Schiffen, scheint es wirklich, dass wir jetzt wirklich den Händen bekommen. Es scheint wirklich leichter zu werden, und du fliegst doch nur neben mir rum, ne, oder? Hey, da, fellow Schiffmates. Ich sah, dass du dein Arbeit fertig gemacht hast, also ich dachte, ich würde mal hier und sagen, hi. Oh, hey da, wir haben dich vorhin gesehen. Dein Arbeitsplatz ist wirklich nah, nicht wahr? Haha, das ist richtig. Der Name ist Rowan. Die letzten paar Tage konnte ich nicht helfen, aber zu erkennen, dass die neuen Gesichter nebenbei arbeiten. Ich glaube, wir waren gestern, zu treffen. Ich habe hier seit ungefähr 15 Jahren gearbeitet. Oh mein Gott, was... Auch das Format in Grainville nennt mich immer Chief. Wow, du hast hier ein langes Mal gearbeitet, Chief. Hey, nicht so laut. Was denn? Wenn es etwas gibt, was du wissen willst, fragst mich. Ich weiß, dass die Arbeit hier in der Produktionzone besser ist, als die Hände in der Hände. Okay, Chief. Die Regeln haben wir noch nicht gemeistert. Ich habe die Arbeit mehr oder weniger im Griff. Die Regeln haben wir noch nicht gemeistert. Hätte ich nicht fragen sollen? Das brauchst du nicht wissen. Die Geheimregeln, so wird sie doch genannt, oder? Hm. wenn es die Erziehung ist, dass die Arzt mit einem anderen. Wenn du sie nie in der Produktionzone in drei Tagen arbeiten kannst. Und wenn du alles genau zu können, das zu essen und zu schien, ist nur Arbeit. Dann wird etwas Schlafes in der 30. Hä? Wie was? Was? Oh, don't scare Paimon! Heh, if I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? Aber warum? You mean, even you have never tried working three days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the third day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? Wie sah dieser Arbeiter aus? Hast du ihn mal gesehen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself, what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Ich danke dir vielmals für die Information, wir werden das mal versuchen. Huh? Oh? Hätte ich, hätte ich vielleicht das andere? You... Ah, listen kid, this ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Für mich hört sich das nach einem guten Hinweis an. Wer nicht wagt, wer nicht gewinnt. Alright, if you insist. Oh je. Du hast deine Vormittagsschicht beendet und gehst in die Tauschkantine. Tausch-Hein-Kantine. Das heißt, es ist ja der zweite Tag. Also morgen sind wir dann verschwunden. W-What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, hi Mom, missus, you're cooking now. What would you like to do this afternoon? Ah, zur Arbeit, Mervicor, Freie Ermittlungen, zur Pankreaktion. Ich würde schon gerne mal dahin gehen. Gehen wir mal dahin. Sure, if we're not going to work, then let's kill some time in the Pankreaktion ring. Wenn ich drei Tage durchgehend arbeiten soll, habe ich was Faltes gemacht? Ah, da ist es ja schon. Oh je, oh je, oh je, was erwartet uns hier? Ich darf die Leute ja nicht irgendwie stark verwunden, aber wie soll ich das hinkriegen? Ich denke halt, hier wäre eine gute Idee hinzugehen, wegen den Erinnerungen von, äh, Child. Oh, wer, Collins? Oh, you must be the traveler, huh? Sorry mate, but, äh, competitors as strong as you are prohibited from participating. Oh. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But, we have a game here that will let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? Soll ich nochmal eine Stärke zeigen? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pankreaktion ring. Ich versuche es scheinbar. Hey, great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. Oh, nee. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have a go. So, you up for it? Ich kann ja nicht mehr entscheiden. Wie, aber, ja, hier. Thanks for your patronage, mate. Now, let the game be... Let the game begin. Naja, ob ich es, dieses Spiel schaffe oder nicht, mein Gedächtnis das mitmacht. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß beim Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Toodaloo Oye 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 oye